Wir bauen mit den Unternehmern eine eigene Medienlandschaft auf im Rahmen unserer Möglichkeiten, die dann auch dagegen hält, gegen das, was im Mainstream verkündet wird. Und das Ziel ist, diese Republik wieder auf die Beine zu stellen. Diese Republik schmiert ab. Die Unternehmer verlassen, ja, es ist ja mittlerweile kein ganzes Scharenweise das Land. Andere melden im Augenblick einen ganz großen Stil Kurzarbeit an. Ein Thema, das die Medien überhaupt nicht thematisieren. Kurzarbeit nicht, weil sie keine Lust mehr haben, sondern weil es einfach nicht mehr weitergeht. Der Baubericht gerade zusammen, minus 40 Prozent. Da wird nämlich eine riesige Welle auf uns zu kommen, mit all diesen Schwierigkeiten. Und das Ganze, weil irgendwelche Leute, die in Berlin sitzen, Maß und Ziel ihrer Politik verloren haben und meinten, sie müssten in diesem Land ihre abstrusen Wertvorstellungen mit dem Knüppel durchziehen. Und das muss man eben stoppen. Und wenn es niemand mehr stoppen muss, ist es die Unternehmer und ihre Mitarbeiter. Und das ist die Unternehmer. 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 Und das ist die Unternehmer.